Herzlich willkommen bei MJ Studies. In diesem Video geht es um die Nullstellenberechnung von ganz rationalen Funktionen und wir schauen uns dabei die Lösungsverfahren an. Es sind, denke ich, alle Lösungsverfahren, die es zur Nullstellenberechnung gibt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann sagt mir einfach Bescheid. Und zwar ist das ein Video, in dem ich wirklich eine Übersicht gemacht habe für euch und das geht noch bis aufs Ende. Und das Wichtige ist, ihr lernt, wenn ihr das Video zu Ende schaut, wann man welches Verfahren benutzt. So sieht die Funktion aus, dann sollte ich am besten mit diesem Verfahren weiterrechnen. Okay, dann fangen wir mal direkt an. Wir wollen ja auch nicht zu viel reden hier. Und zwar, wenn ihr eine lineare Funktion gegeben habt, das ist ja auch eine ganz rationale Funktion, das haben wir im letzten Video gesehen, dann müsst ihr einfach nach x umformen. Das wisst ihr, denke ich. Das habt ihr auch oft genug wahrscheinlich gemacht. Wenn ihr jetzt ein Video zur ganz rationalen Funktion anguckt, wisst ihr, denke ich, viel über die linearen Funktionen Bescheid. Also hier zum Beispiel einfach minus n und dann durch m, dann hat man schon x. Dann quadratische Funktionen. Das sind einfach Funktionen, die so aussehen. Und da gibt es aber verschiedene Fälle. Und zwar Fall 1. Was ist denn, wenn b gleich 0 ist und c gleich 0 ist? Das heißt, die beiden Ausdrücke, die existieren gar nicht, weil die 0 sind. Weil b gleich 0, 0 mal x sind 0 und c 0. Da steht nur ax². Das heißt, ich habe eine Normalparabel. Das ist ja f von x gleich ax². So ist die Normalparabel definiert. Und da ist die Nullstelle, beziehungsweise der Nullpunkt, weil das ja ein Punkt ist, einfach 0, 0. Dann der zweite Fall. b ist gleich 0. Das heißt, der mittlere Ausdruck ist nicht mehr da. Ich habe nur ax² plus c stehen. ax² plus c, das heißt, es reicht, wenn ich die Wurzel ziehe. Also zum Beispiel c, also ich rechne minus c auf beiden Seiten. Dann steht hier minus c gleich a mal x². Dann durch a rechnen und dann einfach die Wurzel ziehen. Das ist jetzt ganz allgemein erklärt. Ich werde natürlich auch Beispiele machen. Aber jetzt wirklich als Übersicht, was ihr machen sollt, wenn ihr welche Funktion gegeben habt. Genau. Dann Fall 3. c ist ungleich 0, also alles ist ungleich 0. Oder c ist gleich 0. Das heißt, was will ich damit sagen? Ihr habt immer so einen Ausdruck mit x² drin und ein x ist auch dabei. Das ist dann komplizierter. Da könnt ihr nicht einfach die Wurzel ziehen. Wenn ihr die Wurzel hier ziehen würdet, dann steht da jetzt irgendwie hier, also hier würde dann x² wegfallen, also das Quadrat fällt dann weg. Das ist schön, aber hier steht dann Wurzel von b mal x. Das will ja niemand haben. Und deswegen haben wir zwei Tricks dabei, also habt ihr bestimmt kennengelernt. Die quadratische Ergänzung, das lernt man am Anfang so kennen. Und dann habt ihr die pq-Formel kennengelernt. Die benutzt ihr, wenn ihr diesen Ausdruck habt. Und sonst könnt ihr ganz einfach rechnen. Dann kommen wir jetzt zu den ganz rationalen Funktionen, wo der Grad größer gleich 3 ist. Das heißt, x hoch 3, also ab x hoch 3, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 und so weiter. Da gibt es auch einige Verfahren, die ihr kennen solltet. Und zwar, wir haben einmal hier, seht ihr die allgemeine Form, die wir auch im letzten Video kennengelernt haben. Und da steht a0 dabei. Das heißt, irgendeine Zahl. Da mache ich mal, vielleicht schreibe ich da doch ein Beispiel hin. f von x ist gleich x hoch 3 plus x hoch 2 plus 3x plus 5. Also einfach, wenn irgendeine Zahl steht, dann müsst ihr, und dann halt hier die Funktion mit den x-Werten ausdrücken, dann müsst ihr leider die Polynom-Division benutzen. Das mochte ich, ehrlich gesagt, auch früher nie, aber das lernt ihr schon. Und wenn ihr Glück habt und so eine biquadratische Funktion nennt man das, also so eine Funktion, die zum Beispiel so aussieht, ax hoch 4 plus bx² plus c, dann könnt ihr auch substituieren. Das heißt, x hoch 4 ersetzt ihr einfach mit z² und x hoch 2 ist euer z. Dazu werden wir wahrscheinlich auch ein Video oder ein Beispiel angucken. Genau, das kommt aber eher seltener vor, die Substitution. Aber ihr könnt dann natürlich auch die Polynom-Division machen, wenn es euch einfacher fällt. Dann noch der einfachere Fall, also das ist der schwierige Fall, wo da wirklich eine Zahl drin vorkommt. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr gar keine Zahl drin. Das heißt, ihr habt nur ein Polynom, also nur ein Ausdruck mit x. Genau, das heißt, habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ihr habt sowas hier drin, so einen Ausdruck habt ihr, oder einfach euer a0 ist gleich 0. So kann man das auch beschreiben, das heißt, ich habe keine Zahl. So, was kann man dann da machen? Dann kann man Produktform durch Faktorisieren bzw. Ausklammern erstellen. Das heißt, ich habe hier z.B. so eine Funktion gegeben, die ich jetzt gleich 0 gesetzt habe. Dann kann ich einfach hier z.B. mein x ausklammern, weil hier steht dann x hoch 3, hier steht x hoch 2, hier steht x. Und wenn ich das ausklammere, da steht da x mal x hoch 2, x und 5 mal x hoch 0 quasi. Ich weiß nicht, ob ich euch damit verwirre, aber das heißt, hier habt ihr den Grad einfach kleiner gemacht, oben 1. Hier steht ja eigentlich eine 1 und dann steht hier eine 0. 1 minus 1 sind 0. Also ihr habt das verkleinert. Und das ist ja super, weil jetzt steht da x² plus 2, x plus 5. Und das ist ja eine quadratische Funktion. Dann müssen wir wieder nach oben schauen und können z.B. mit der pq-Formel hier die Nullstellen berechnen. Und hier haben wir halt die Nullstelle, das ist einfach 0. Und zwar gilt das nach der Regel, es ist 0, also es kommt 0 raus, wenn die Faktoren auch 0 ergeben. Also wenn hier z.B. 0 steht, also z.B. 5 mal 0 ergibt ja 0. Deswegen müssen wir hier immer schauen, okay, was für ein x brauche ich, damit hier 0 rauskommt? Was für ein x brauche ich, damit hier 0 rauskommt? Und hier ist es ja 0, x ist gleich 0, dann kriege ich ja 0 raus. Hier habe ich ja das nochmal gleich 0 gesetzt und dann rechne ich die passenden x-Werte aus. Dann nochmal der letzte Fall. Wenn ihr so eine Produktform gegeben habt, dann müsst ihr einfach die Faktoren 0 setzen. Das heißt, hier habt ihr x ist gleich 0, dann habt ihr einfach 0 gesetzt. Hier ist das so x-5, setzt ihr gleich 0, dann kriegt ihr die Nullstelle 5 gleich x raus. Hier kriegt ihr die Nullstelle minus 3 gleich x raus. Ja, ich muss jetzt am Ende etwas sprinten, weil ich nicht mehr so viel Speicher habe. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen verstanden. mit einem bis 뒤 nament die Teil der ist war mit einem